Servus zusammen. Heute erwähnt euch mal wieder eine schöne Tanz. Und zwar ist der Tanz George Strait. Also 64 haus, vier Wände, einen Liebstag. Die Collibraphie dazu stammt von Severin Frigion. Der Song dazu ist von Megan Patrick. Heißt genau so wie der Tanz George Strait. Und den sage ich euch soweit. Geht an mit dem rechten Fuß. Walk, walk, rocking chair. Das sind schon die ersten acht Kurs. Also rock, step back, rock. Das sage ich euch mal ganz kurz. Sieben, acht, walk, walk, rock, step back, rock. Das sind schon acht Kurs. Okay? Nochmal. Sieben, acht, walk, walk, rock, step back, rock. Okay? Oder rocking chair. Einer mit Zellen. Sieben, acht, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Sieben, acht. Gewicht ist der Blindenfuß. Die letzten acht Kurs. Geht weiter mit dem rechten Fuß. Wieder geht's walk, walk, walk. Dann rechts heel, ram, links heel, ram. Sieben, acht. Walk, walk, heel, ram, heel, ram. Noch mal die zweiten acht. Sieben, acht. Walk, 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 heel, ram, heel, ram. Auch noch mit Zellen. Die zweiten acht. Sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und von ganz vorne. Mit dem rechten Fuß geht dran. Walk, walk. Sieben, acht. Walk, walk, walk. Walk, step back, walk, walk. Walk, heel, ram, heel, ram. Jetzt geht's weiter mit dem rechten Fuß mit einem Step zum Schleck nach vorne. Step. Katsch mit dem Zellen rechts. Links wieder zurück. Back. Hold. Dann rechts, behind side. Cross. Hold. Also immer nach vier Kamas kommt ein Hold bei der Artikel. Sieben, acht. Step. Touch. Back. Hold. Behind side. Cross. Hold. Wenn wir schon mal dabei sind. Zur anderen Seite ist es selbe auch. Nach links. Touch. Back. Hold. Behind side. Cross. Hold. Wir haben wahrscheinlich die nächsten acht. Das sage ich auch mal gleich. Step. Touch. Back. Hold. Behind side. Cross. Hold. Feld nach rechts. Oder auf links. Die zweiten Fülle. Durchspiegelverkehr. Okay. Machen wir gleich zusammen. Die dritten acht. Und die vierten acht. Okay. Jetzt können wir alle mit tanzen. Okay. Nach rechts geht dran. Selbe nach vorne. Sieben, acht. Step. Touch. Back. Hold. Behind side. Cross. Hold. Step. Touch. Side. Hold. Behind side. Cross. Hold. Und die dritten acht. Sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dann wird der Fuß wieder hoch. Gut. Dann von ganz vorne. Den rechten Fuß geht dran. Sieben, acht. Walk, walk. Rock in chair. Und walk, walk. Heel, run. Heel, run. Step. Touch. Back. Hold. Behind side. Cross. Hold. Step. Touch. Back. Hold. Behind side. Cross. Hold. Okay. Letzten acht. Step mit rechts nach vorne. Hold. Halbe Drehung. Wind herum. Hold. Und dann ein Step. Lock. Step. Hold. Dann ein Step. Lock. Step. Hold. Dann gehen wir auch nochmal. Sieben, acht. Step. Hold. Step. Hold. Step. Lock. Step. Hold. Last. Der ligt sind acht. Okay. Und nochmal. Sieben, acht. Step. Hold. Halt, hold, step, hold. Richtig, hundervolle. Einmal betellen. Sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Gut, dann von ganz vorne. Sieben, acht. Walk, walk, rock, kick, chair, und walk, walk, heel, land, heel, land. Rechts, touch, back, hold, behind, side, cross. Links, touch, back, hold, behind, side, cross. Step, Halt, step, lock, step, hold. Okay. Dann geht's weiter. Step, lock, step, hold. Die Maxierung mit rechts nach vorne. Jetzt geht's weiter mit links. Step, lock, step, hold. Dann noch eine Lippenfuß vorne. Step mit rechts nach vorne, hold. Förderdrehung, dritt herumdrehen, hold. Sieben, acht. Step, lock, step, hold. Sieben, acht. Step, hold. Viertel, hold. Ganz, ganz, aber ganz. Nochmal die Acht. Step, lock, step, hold. Aber macht jetzt die Zweige mit links. Step, lock, step, hold. Step, hold. Viertel, hold. Sieben, acht. Step, lock, step, hold. Step, hold. Step, hold. Viertel, hold. Ander mit 10. Sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und von ganz vorne bis dahin. Sieben, acht. Walk, walk. Rock, shift, chair. Und walk, walk. Heel, run, heel, run. Rechts, touch, back, hold. Behind side, cross, hold. Links, touch, back, hold. Behind side, cross, hold. Step, hold. Halb, hold. Step, lock, step, hold. Step, lock, step, hold. Step, lock, step, hold. Step, hold. Viertel, hold. Okay. Jetzt haben wir die vierte Drehung gemacht. Jetzt geht's weiter. Mit cross shuffle, links, äh, rechts über links. Und dann noch eine halbe Rüberbox. Also links, ran, nach vorne, einen Schritt. Hold am Schluss. Okay. Also immerhin bei den vierkaufeln sind wir hold. Okay. Rechte Drehung geht weiter. Sieben, acht. Cross shuffle, hold. Links, ran, vor, hold. Noch mal. Sieben, acht. Cross, hold, cross, hold. Links, ran, vor, hold. Ander Mitte. Sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So Block, work, rock, inch, chair. Walk, walk. Heel lap, is lap. Left touch, side, hold. Behind, side, cross. Hold, big touch. Left, hold. Behind, thumb cross, hold. Then hold. Halble, hold. Hold. Pull through the left. Step, lock, step, hold, step, lock, step, hold, step, hold, viertel, hold, cross, und cross, hold, links, run, vor, hold. Okay, jetzt haben wir den linken Fuß vorne. Die letzten acht machen wir die zweite Seite von der Rumpabox. Nach rechts, rechts, run, back, hold, und coaster, step, hold, mit links. Sieben, acht, rechts, run, back, hold, coaster, step, hold. 64 Gramm fertig. Wenn man alle gut mitzählt, könnte man eigentlich jetzt mal ein paar Dinge drauf machen, aber wird dann so gezählt von der Silberin. Okay, jetzt nach rechts, halbe Rumpabox, rechts, links, run, back, hold, und coaster, step, mit links, hold, aufschloss. Sieben, acht, rechts, run, rück, hold, coaster, step, hold. Und das geht so voll los, walk, walk, rock, in turn. Okay, dann machen wir jetzt noch ein, sorry, bis dahin. Sieben, acht, walk, walk, rocking chair, walk, walk, heel, run, heel, run, rechts, touch, back, hold, behind side, cross, hold. Liebes, touch, back, hold, behind side, cross, hold, step, hold, halt, hold, step, log, step, hold, step, hold, step, hold, step, hold. Cross, hold, cross, hold, cross, hold, links, run, vor, hold, rechts, run, zurück, hold, coaster, step, hold. End of dance. Okay, also wie gesagt, für mich, wir sind jetzt Freitagier. Wenn wir 1 und 2 und 3 und 4 machen, das machen wir ja, oder? Wir sind ja mit dem Filion, alles auf, an die Kaos aufgeschrieben. Jetzt haben wir in dem Kanz noch eine Freestyle drin. Da fangen wir Richtung 6 Uhr, die dritte Wahl an. Dann kommen wir an der Stelle, die volle Waffe an, Step Halt, hier kommen wir an Step, Block, Step, Hold, Step, Block, Step, Hold. Schauen wir uns um 2 Uhr, hier kommt noch einmal Step 4 nochmal, aber das machen wir nicht mehr, sondern einfach den 2-mal Step, Block, Step nach vorne. Und fangen wir von vorne an. Okay, also nach der halben Drehung, dritte Wahl. Und dann schauen wir uns um 2 Uhr, Step, Block, Step, Hold, Step, Block, Step, Hold. Anfangen, Walk, Walk, Rock, King, Chair, und Walk, Walk, Heel, Run, Heel, Run. Okay, also das ist die einzige Tüche in den Kanz. Es ist nicht besonders schnell, sehr schön zu tanzen. Und ich hoffe, ich erzähle euch. Und dann wünscht ihr euch viel Spaß beim Üben oder beim Lernen. Bis bald.